Ahoi und weiter geht's bei Stray. Wir schauen jetzt mal, was hier hinter dem Vorhang ist. Das hier sieht ominös aus, sieht auch aus, als ob da so eine kleine Wanze drauf wäre, der Zeichnung. Naja, schauen mal. Okay, wir werden hier irgendwie nach rechts geleitet. Aber ich still erstmal ein bisschen meinen Durst. Man muss die Gelegenheiten nehmen, wie sie kommen. Okay, spannend. Ich ahne, was kommt. Jo, rein! Wir sind ein schlaues Kitten. Haut bloß ab! Jetzt sanzen! Zum Glück lassen sie uns, zumindest bisher, immer in Ruhe. Aber irgendwie traue ich ihnen nicht. Hallo? Oh nein! Oh oh! Oh nein! Oh oh, der sieht nicht so gut aus. Der hat aber gerade noch gelebt. Aber dem fehlen Gliedmaßen. Kann ich den irgendwie anstupsen? Hm. Okay. Hm? Oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Oh. Okay, das geht. Okay. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh. Haut ab, ihr Wanzen. Haut ab, ihr Wanzen. Oh Gott. Oh Gott. Was sind die Zecken? Haut ab, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, geh weg. Ah, ich komme hier. Oh, ein ganzer Zecken-Crain. Hau ab. Haut ab. Ah, das Rettende Rufe. Oh Gott. Oh. Nein. Katze voll gechillt. Ich bin total gestresst. Hallo. Krass. Die Technik reagiert irgendwie auf unseren Miao. Anscheinend soll ich da hoch? Da lang. Zu der Bar. Ne. Nee, der Sprung ist ein bisschen weit. Hier auf das Rohr. Da gibt es ein leckeres asiatisches Nudelgericht. Da wollen wir hin. Da lang? Ah. Ah, cool. Aber muss ich nicht da lang? Aber vielleicht geht das über den Umweg? Ja, beziehungsweise... Ja, vielleicht... Hm. Mal gucken. Hallo? Ah, krass. Das ist so cool. Da hoch? Ja. Ja. Hm, aber hier kann ich nicht hochspringen. Nee. Muss ich einen Korb werfen? Da. Das Fenster. Aha. Solange hier keine Zecken sind, sind das alles in Ordnung. Okay, ich muss wahrscheinlich da hoch und da rüber. Moment mal. Da muss ich tatsächlich ein bisschen... ...denken. Gefährlich. So. Nee, hier waren wir noch nicht. Oh. Okay, da gibt's wieder Leuchtsymbole. Wir kommen. Ah, springt. Oh. Oh Gott. Unser armes Kitten macht total viel mit. Aber es ist so tough, obwohl es so klein ist. So. Okay. Okay. Da hoch? Ja. Darüber. Hm, anscheinend ein bisschen weit. Ah, genau. Kann da wieder das Brett umstoßen. Und dann kommen wir da rüber. Und dann kommen wir da rüber. Da ist wieder eine Kamera, die uns ein bisschen bespannert. Und kein Sprung ist uns zu gefährlich. Keine. Ah, okay. Wir haben wieder sicheren Boden unter den Füßen. Hallo? Mach mir die Tür auf. Na, Nicken hilft mir nicht. Wir brauchen eine offene Tür. Okay. Okay, da durch. Denk mal, ja. Oh, da ist wieder ein Ventilator. Okay. Den müssen wir wahrscheinlich... Ja, den müssen wir irgendwie wieder auskriegen. Vielleicht mit dem Besen. Nee. Da ist was. Ah, das war der Strom. Das geht natürlich auch. Cool. Wir mussten gar nichts reinwerfen. Wir konnten einfach den Strom ausmachen. Wir haben eine Energiezelle. Die nehmen wir mit. Ich hab's doch keine Ahnung, wie ich die noch brauche, aber ich nehme die erstmal mit. Was man hat, das hat man. Die Wohnung! Wir sind im nächsten Kapitel. Oh, hier ist sogar Musik. Das ist hier ganz flauschig. Bisher war alles so grau und voller Zecken. Und wenn hier noch ein bisschen fressen wäre, dann könnte man hier fast bleiben. Das ist nur ein bisschen einsam. Wir brauchen unsere Katzenbuddies. Was gibt's denn hier so? Gibt's hier was? Ein Bild von einer Kuh. Das nennt man Bauernromantik. Im späten 16. Jahrhundert. Das Bild sieht sehr düster aus. Und was ist das? Campus Affiliated Institution. Vielleicht wohnt hier jemand schlaß. Okay, das ist ne kurze Pause, aber ich mach hier trotzdem Break, weil gerade gespeichert wurde. Und man kann in dem Spiel nicht speichern und deswegen... Wir sind da so gut den Zecken entronnen. Ja, genau. Also deswegen kann man irgendwie so von Kapitel zu Kapitel spielen. Und die nächste Folge wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Wenn's dir gefallen hat, dann gib mir doch einen Like. Das würde mich sehr freuen. Oder schreib mir ein nettes Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich hab schon da hinten... Da lese ich schon... Da braucht irgendjemand Hilfe. Das heißt, es geht spannend weiter. Ciao!